Hi Leute, ich habe heute ein neues Kartenspiel mitgebracht, Abrakadabrien aus dem Hause Kosmos. Wir schauen uns gemeinsam wieder die Regeln an und den Aufbau und am Ende bekommt ihr ein Fazit von uns. Und viel Spaß bei dem Video! Das Spiel ist empfohlen ab 8 Jahren für 2-6 Spieler und dauert ca. 30 Minuten. Also die Zeit, die kann ich definitiv auch bestätigen. Länger dauert das Spiel in der Regel nicht. So sieht das Spiel dann aufgebaut aus. Ich habe hier einmal für 2 Spieler aufgebaut. Also das ist einmal mein Spielbereich mit meinem Portal. Hier ist das Portal von meinem Gegenspieler. In diesem Spiel haben wir 4 unterschiedliche Arten von Karten. Wir haben die Roten, das sind Wächter. Wir haben die Grünen, das ist der Wald. Das ist der Fluss und hier haben wir einen Turm. Das sind noch besondere Karten, das sind Schatzkarten. Hier weiß man einfach nicht, welche von den anderen 4 Arten da drunter liegen. Wenn man jetzt am Zug ist, darf man die 2 Karten, die sich auf dem Portal liegen, aufnehmen, auf die Hand nehmen und sich anschauen. Also hier haben wir schon mal eine 6 Wächter und eine 2 Turm. Die Karten sind alle von 1 bis 6 durchnummeriert. Und die geben entweder einen Punkt oder hier 2 Punkte, wenn eine Schatzkarte mit drauf ist. Der Gegenspieler nimmt dann seine Karten auf die Hand. Und wenn ich jetzt am Zug bin, habe ich die Möglichkeit, eine von 3 Aktionen auszuführen. Die Aktion Nummer 1, die werden hier auch nochmal aufgeführt, ist, ich darf eine beliebige Karte einfach umdrehen. Sagen wir mal, ich möchte jetzt wissen, was hier drunter ist. Die drehe ich um. Hätte ich jetzt nicht diese Aktion gemacht, dann dürfte ich auch 2 benachbarte Karten miteinander austauschen. Diese dürfen aber nicht diagonal ausgetauscht werden. Das heißt nur senkrecht und waagerecht. Sagen wir mal einfach mal, ich würde diese beiden hier austauschen. So, das ist die nächste Aktion. Oder aber ich dürfte auch eine Handkarte, die ich besitze, mit einer Karte, die aussieht, austauschen. Nehmen wir mal die 6 Wächter, tausche ich mit dieser Karte aus. Und die wird aber direkt offen hingelegt. So, Ziel des Spiels ist es nun, bestimmte Konstellationen herbeizuführen. Wenn ich diese Aktion dann gemacht habe, dann nehme ich meine beiden Karten, lege die verdeckt auf das Tableau von meinem Mitspieler. Irgendwann kommt dann von meinem Mitspieler, wenn er dann fertig ist, seine Karten auf mein Portal. Und so darf man dann direkt in die nächste Runde gehen. Die darf ich aufnehmen, sobald welche dort liegen. Spielen darf ich, sobald das Portal von meinem Nebenmann leer ist. Das heißt, in diesem Fall würde ich jetzt warten, weil er noch nicht so weit ist, nimmt er seine Karten weg, nimmt er seine Karten weg, dann darf ich weiterspielen. So, Ziel des Spiels habe ich schon erwähnt, es geht darum, bestimmte Konstellationen aufzubauen. Was für Konstellationen? So, zeige ich jetzt symbolisch erstmal jeden durch. Bei dem Wächter ist es so, dass wir in jeder der vier Ecken einen Wächter liegen haben, offen liegen haben müssen. Und die Zahlen, die abgebildet sind, dürfen nicht gleich sein. Ich demonstriere das mal kurz. Also, wir hätten jetzt, sagen wir mal, einfach hier die 4, hier die 5 und den würde ich dann noch austauschen. Gegen den hätte ich dort die 3. Dann, wenn ich so eine Konstellation fertig habe, darf ich sofort nach meiner Aktion, wenn ich meine beiden Karten abgelegt habe, sagen, Stopp, ich möchte werten, dann kann ich die wegnehmen. Die kommen dann auf meinen Stapel, auf meinen Punktestapel. Dann werden wieder neue Karten hingelegt. Immer in Leserichtung, also von oben links nach rechts, also von links nach rechts und von oben nach unten. Da sind meine Punkte und jede Farbe, also wenn ich die Wächter mache oder den Wald oder den Fluss, dann kommt nochmal eine Extraaktion. In diesem Fall ist sie abgebildet. Da darf ich mir drei bestimmte Karten angucken. So, dann schaue ich mir die an. Okay, hier habe ich eine 6-Rund-Harte. Dann darf ich mir die noch angucken und merken, die und noch irgendeine andere. So, dann kommen wir zum Wald. Bei dem Wald müssen wir ein 2x2-Feld aus Waldstücken haben. Auch hier, wie bei den Wächtern, dürfen die Zahlen nicht gleich sein. Um das einmal zu zeigen, haben wir hier eine 4, dann machen wir eine 3, hier haben wir eine 5 und dann muss hier noch eine andere Zahl hin. Zum Beispiel, so. Das wäre dann unser fertiger Wald, könnten wir abräumen. Dann haben wir noch den Fluss. Dann haben wir hier, das ist, wir müssen drei Karten von links nach rechts haben und die Karten müssen aufsteigend sein. Die Karten müssen nicht angrenzend aufsteigend sein, also dürfte auch in diesem Beispiel von der 1 zur 3 und dann noch dahinter eine 4, eine 5 oder eine 6, die können wir dann abräumen. Und als letztes gibt es noch den Turm, der ist quasi wie der Fluss, nur nicht horizontal, sondern senkrecht nach oben, auch aufsteigend von unten nach oben. Dann hat man hier eine 3, eine 4 und eine 5 beispielsweise und dann darf man die danach abräumen. Hier kommen wir dann nochmal zu dem Sofortboni, die wir bekommen, sobald wir eine Konstellation fertig haben. Also hier, der Wächter habe ich ja schon erwähnt, dürfen wir uns drei Karten aussuchen, die wir uns anschauen wollen. Wenn wir einen Wald fertig haben, dann dürfen wir danach, wenn wir die vier Karten dann wieder neu auflegen, in einer beliebigen Reihenfolge hinlegen. Da müssen wir uns nicht an die Leserichtung halten. Wenn wir einen Fluss fertig haben, dann dürfen wir einfach zwei beliebige Karten miteinander tauschen. Die müssen auch nicht angrenzend sein, also wir könnten auch die und die miteinander austauschen. Und bei dem Turm haben wir dann die Möglichkeit, einfach irgendeine beliebige Karte auf dem Feld umzudrehen. Genau, dann haben wir hier auf der Seite noch eine Fassung für ein etwas eher konfrontatives Spiel. Die Boni sind alle gleich, außer beim Wächter. Hier sieht es so aus, dass ich einfach eine Karte aus meinem Bereich mit einer Karte von dem Gegner einfach miteinander austauschen darf. So, und das Spiel spielt man dann immer so weiter, bis irgendwann der Nachziehstapel nicht mehr nachgezogen werden kann. Dann endet das Spiel sofort und dann wird gewertet, wer die meisten Punkte hat. Noch ein paar Infos am Rande. Wenn man jetzt mit Spielern ab drei oder ab fünf spielt, haben wir nochmal zusätzliche Karten hier angezeigt mit dem Pentagramm. Haben wir nochmal für das Fünferspiel, werden die mit reingemischt. Und wenn wir zu Dritt spielen, kommen diese Karten noch mit rein. So, in dem Spiel haben wir noch insgesamt drei Erweiterungen dabei. Wir haben einmal eine Erweiterung, die nennt sich Geister, dann kommen noch Geister hinzu. Wir haben eine Erweiterung, die heißt Aufträge, dann kommen da noch Aufträge hinzu, die man dann erfüllen muss. Und es gibt noch eine, die heißt Ereignisse. Hier passiert dann immer etwas Ungewöhnliches oder nicht zu Erwartendes. So, das war die Spielvorstellung für Abrakadabrien. Jetzt zum kurzen Fazit von uns. Also mir und auch Mareike macht das Spiel verdammt viel Spaß. Unsere Tochter Amelie hat auch schon mehrmals mitgespielt. Das Spiel ist superschnell aufgebaut. Es macht Spaß. Jeder ist gleichzeitig dran. Man hat überhaupt gar keine Downtime. Und das ist einfach total klasse bei dem Spiel. Wir haben das jetzt ungefähr, ich glaube, fünf Runden gespielt. Die Erweiterungen, die kommen noch hinzu. Die haben wir noch nicht ausprobiert. Es ist auf jeden Fall definitiv noch Varianz vorhanden. Und ja, es macht einfach super Bock. Besonders, wenn man noch etwas Kurzes spielen will. Entweder vor oder nach einem längeren Spiel. Oder einfach, wenn man nur ein bisschen Zeit hat und mittags mal einen Kaffee trinkt. Das kann man auch schnell in der Mittagspause auch spielen. Also es ist echt ein richtig gutes Spiel. Ja, wenn euch das Spiel auch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.